In Österreich hat der Skisport einen außergewöhnlichen Stellenwert. Die Emotion und die Leidenschaft der Fans sind einzigartig. Die Marke A1 als Hauptsponsor des ÖSV teilt diese Leidenschaft mit den Österreichern. Bei der diesjährigen ÖSV-Kampagne stehen die Fans im Mittelpunkt. Auf unserer Kampagnenplattform bieten wir den Fans die Möglichkeit, ihre Skihelden mit einem selbst gedrehten Video anzufeuern, ihre Videos hochzuladen und ihre Leidenschaft mit anderen Fans zu teilen. Was hält der Gas? Die Fiegel fährt rennen und fährt nicht in die falsche Richtung. Die wollen! Diese Plattform ist als eigenständiger Webauftritt sowie über Facebook zu erreichen. Die besten Fanbotschaften werden wöchentlich von einer Jury bewertet und kommen ins Fernsehen. Vor jedem Skirennen im ORF senden wir die ausgewählten Fanbotschaften als kurze Presenting-Spots. Fassel, Tafis! Während des gesamten Kampagnenzeitraums werden über 30 Fanvideos breitenwirksam im TV ausgestrahlt. Damit ist das die erste User-Generated-TV-Kampagne im ORF. Nach jedem Skirennen schalten wir einen kurzen Spot, in dem sich die ÖSV-Stars für die Unterstützung der Fans bedanken. Insgesamt produzieren wir 35 Dankespots mit den ÖSV-Helden. Zudem werden die Fans von den Skistars über ihre eigenen Social-Media-Kanäle zum Mitmachen aufgefordert. Ich mache jetzt ein Video für euch, weil ich will, dass ihr im Fernsehen seid. Von Smartphone bis A1-TV. Mit dieser Kampagne ist es A1 gelungen, die vielfältigen und konvergenten Möglichkeiten der modernen Kommunikation aufzuzeigen und erlebbar zu machen. Die besten Fans im besten A1-Netz. Einfach A1